Klimaneutral bis zum Jahr 2050. Kein CO2 mehr ausstoßen, das ist das Ziel. Viele tun schon was. Lassen das Auto stehen. Nehmen Bahn oder Bus. Essen weniger Fleisch. Doch all das wird nicht reichen. Wir produzieren immer noch viel zu viel Treibhausgas. Auch wenn die Energiewende vorangeht. Wir sind leider nicht mehr in einer Situation, wo wir uns wünschen könnten, wie die Welt ist. Sondern wo wir mit den Techniken, die wir haben, mit dem Wissen, die wir haben, Entscheidungen treffen müssen. Und wenn Sie mich fragen, will ich das CO2-Liebe am Boden als in der Atmosphäre haben. CO2 unterirdisch speichern mit der CCS-Technik. Carbon Capture and Storage. Wir fangen das CO2 dort ab, wo es in großen Mengen entsteht. Zum Beispiel in Zement- oder Düngemittelfabriken. Aus den Abgasen wird das CO2 herausgefiltert und verflüssigt. So kann es zu einer Lagerstätte transportiert werden. Allerdings ist das sehr energieaufwendig und teuer. Bei Heidelberg Materials setzt man trotz der hohen Kosten darauf. Denn einer der wichtigsten Baustoffe der Welt, Zement, verursacht jährlich fast 8% des weltweiten CO2-Ausstoßes. Mehr als der weltweite Flugverkehr und alle Rechenzentren zusammen. Allein in Deutschland verursacht die Herstellung von Zement im Jahr rund 20 Millionen Tonnen CO2. Deshalb baut Heidelberg Materials in Norwegen gerade das weltweit erste großtechnische CCS-Werk der Zementindustrie. Wir planen um etwa 15% von den CO2 von diesem Werk abzufangen. Und das sind 400.000 Tonnen im Jahr. Das ist eine ganz große Menge. Und das ist gleichfalls wie man 180.000 Autos im Jahr nicht mehr auf die Straße hat. 400.000 Tonnen pro Jahr, das ist eine Menge. Aber wir bräuchten viele solcher Anlagen, um genügend CO2 abscheiden zu können. Zum Vergleich, ein bundesweites Tempolimit von 120 auf Autobahnen und 80 auf Landstraßen würde nach Schätzungen des Umweltbundesamtes rund 6,7 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr einsparen. Mehr als das 15-fache. Doch warum ein CCS-Werk in Norwegen und nicht in Deutschland? Das liegt daran, dass Norwegen das einzige europäische Land ist, das seit 1996 CO2 unterirdisch verpresst. Tief unter dem Meeresboden. In über 2000 Metern Tiefe befinden sich leere Gas- und Erdölfelder. Hierhin kann das flüssige CO2 per Pipeline oder Schiff gebracht werden. Ab 2024 auch aus der neuen Anlage. Dr. Peter Stemmermann forscht am KIT in Karlsruhe zum Thema. Er hat Daten des bisher einzigen deutschen CCS-Projekts ausgewertet. Das wissenschaftliche Demonstrationsprojekt, das wurde erfolgreich durchgeführt. Hier konnte man zeigen, dass durch die Injektion von CO2 über einem Salzstock, das CO2 dauerhaft sicher verwahrt ist. Trotzdem wurde das Projekt im brandenburgischen Kitzin 2013 nicht weitergeführt. Wegen Widerstandes aus der Bevölkerung und weil ein neues Kohlendioxid-Speicherungsgesetz das in Deutschland fast unmöglich machte. Das könnte sich nun ändern. Ein neues Gesetz ist in Arbeit. Und was ist mit den Bedenken, dass eine solche Anlage nicht sicher ist? Bei CCS ist das Risiko, was nicht von der Hand zu weisen ist, dass eine solche Lagerstätte auf die Dauer undicht wird. Das hat was mit der Güte der Ausführung und der Überwachung zu tun. Das ist sehr gut kontrollierbar. In Deutschland hätte ich damit überhaupt keine Probleme. Bis es bei uns soweit ist, bleibt also nur Norwegen. Aber wie soll das verflüssigte CO2, das in deutschen Fabriken anfällt, dort hingelangen? Bislang sind zwei Methoden angedacht. Lösung eins. Wir bauen eine Pipeline bis nach Rotterdam. Von dort geht es per Schiff nach Norwegen. Oder Lösung zwei. Wir transportieren das flüssige CO2 per Bahn, Lkw oder Binnenschiff an einen Hafen und dann geht es per Schiff weiter. Beim Schiff habe ich ein Thema Verfügbarkeit und ich habe einzelne Hafenanlagen, die ich bauen muss. Letzten Endes denke ich davon aus, dass in zehn Jahren eine Pipeline-Struktur, eine erste, existieren wird. Und wenn nun das neue Gesetz kommt und wir CO2 auch hier bei uns verpressen dürfen, gibt es dann überhaupt geeignete Standorte? An der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe wird daran geforscht. In Deutschland gibt es eine ganze Reihe möglicher potenzieller Regionen, wo man CO2 speichern könnte. Wir suchen ja nach Sedimentstrukturen, in denen einerseits poröse, zum Beispiel Sandsteine vorkommen und darüber abdeckend dichtige Steine, zum Beispiel Tonsteine oder Salz. Und das gibt es in Deutschland in verschiedensten Regionen ganz prominent. Das norddeutsche Becken, das ist das größte Sedimentbecken, was wir in Deutschland haben, erstreckt sich bis in die Nordsee hinein. Auch das Alpenvorlandbecken würde sich geologisch eignen. Und der Oberrheingraben, der scheidet allerdings wegen des Erdbebenrisikos aus. Kritiker bringen auch immer wieder die Gefahr einer CO2-Entweichung ins Spiel. Warum die eher unwahrscheinlich ist, verdeutlicht ein Test. Rotbraun, das ist Tonstein. Und diese grauen Zwischenlagen hier, das sind Sandsteinlagen. Ein Tröpfchen Wasser kommt jetzt auf den Tonstein. Zack. Das Wasser zieht nicht ein, sondern läuft an dem Stein runter. Jetzt machen wir ein Tröpfchen auf den Sandstein. Der bleibt an Ort und Stelle und zieht langsam in das Gestein ein. Geologisch ist also beides möglich. Die Verpressung von verflüssigtem CO2 an Land und unter dem Meer. Warum wird die Methode auf hoher See bevorzugt? Eigentlich ist Onshore einfacher. Und Offshore ist ein bisschen schwieriger. Aber Offshore ist die Akzeptanz einfacher. Technisch ist eigentlich kein großer Unterschied. Das ist eigentlich das gleiche Gesteinte, weil man ist auf 2000 Meter. Und ob da drüber ein Meer ist oder Land, das weiß das Gesteinte da unten gar nicht. Das ist genau das Gleiche. Fakt ist, wir müssen weiterhin so viel CO2 einsparen wie möglich. Und wenn das nicht klappt, ist CCS mit seinen hohen Kosten da die Lösung? Ist es für uns leichter, darauf zu reagieren, dass wir zwei, drei, vier, fünf Grad höhere Temperaturen haben, dass die Extremwetterereignisse eben da sind? Oder ist es für uns leichter, damit zu leben, dass wir Energie hineinstecken müssen, im wahrsten Sinne des Wortes, um dieses CO2 zu verpressen? Da bin ich absolut der Meinung, global betrachtet ist diese Variante die wesentlich risikoärmere. Untertitelung des ZDF für funk, 2017